Hey Mann! Ja, jetzt habe ich meinen Zeugen. Was soll das Theater, Mann? Was ist passiert? Sie sagten doch, dass wir sicher wären in Philadelphia. Ja, das war ein Irrtum. Er ist mit der Amischfrau verschwunden, nicht wahr? Wenn Sie mich finden, dann finden Sie auch den Jungen. Du hast den Mann in unser Haus gebracht. Mit diesem Gewehr in seiner Hand. Du brachtest Furcht in unser Haus. Sie machen sich alle so ihre Gedanken über dich und den Fremden. Sie suchen dich. Ich habe nicht gegen das Gesetz der Ordnung verstoßen. Nicht? Vielleicht noch nicht. Wir wissen, wo du steckst, John. Harrison Ford und Kelly McGillis Der einzige Zeuge